Hi, ich esse gerade eine Durian und findet ihr wirklich, dass die so schlimm schmeckt? Ich habe bei Insta eine Umfrage gemacht mit Durian Ja oder Nein und auch wenn Ja gewonnen hat, sind das einfach zu 90% meine Follower aus Asien und alle, die Nein gedrückt haben, kommen aus Europa. Also, habt ihr die noch nicht probiert oder was ist da los, ha? Mh, mh, schmeckt doch super!